ok wir brauchen anscheinend irgendwie noch mehr zeugs von hier aber hier geht es nach oben was kann man hier noch so das ist ja die grüne brühe hier von dem garten da die pflanzen produzieren das ist ziemlich ekelig aus 12 12 12 das kommt mir doch bekannt vor oder ah eine kristallproduktion oder wie jetzt das kommt von hier vom garten oder ist das andere schläufe wieder 12 12 10 55 aha ja hmm also ich brauche da drinnen irgendwie kristalle war ok geht es noch weiter nein da ist ein hebel kann nicht benutzen so wo finden jetzt die schläuche hin das gucke ich mal schnell äh hm ok die führen hier und hier sind die ganzen kristalle hm ok also da führen jedenfalls die schläuche hin gut was kann ich denn hier noch machen gar nichts mehr das hier muss wahrscheinlich weg war das muss hier und weg geschoben werden darunter ist erfahrst du das hier muss weg das geht aber nur weg wenn wir so einen Erdbeeren erzeugen was passiert denn da hm 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 ok was können wir denn jetzt machen das hier können wir nichts machen hier ist kann man nichts machen kann man nichts machen kann man nichts machen wir müssen jetzt anscheinend irgendwelche kristalle hier reinkriegen und das hier muss weg durch den erdbeben so das hier habe ich auch noch nicht verstanden was das hier sein sollte wozu das gut sein soll ja ich gehe mal zurück das sind grüne k das geht da hinten ok ja kann ich jetzt hier was neues machen ich will nicht wieder zurück kann ich was neues jetzt machen oder wie eigentlich ja nicht oder kann ich jetzt hier was machen wieder jetzt vorher war das ja total sinnlos hier eigentlich mal gucken so kann ich jetzt hier was machen hm 10, 5, 5, 10, äh, 12, 12, 12. Äh, irgendwie, so kann ich da nicht anzoomen. Hä? Ich muss da, ach nicht, und das kann ich ja nur unten sehen, ach man. Äh, ja, hier kann man immer noch nichts machen. Was wahrscheinlich auch so bleiben wird. Die Frage ist jetzt, was war das da unten für ein Schalter, den ich ja bewegt habe? So, und was sollen wir denn jetzt machen? Ah, wieder ein Rätsel. Äh. So, wir müssen von hier so ein Teil runter im Rohr da hinten hinein. Aber, äh, äh, wie, was? Äh. Äh. Oh, Mann. So. Ich werde jetzt was übersehen hier. Nee. Nee, nee, nee. Ach so. Mmh. So, das ist jetzt,ить. Ja, mehr kann man hier nicht machen. Nö, das war es wirklich, ja. Ähm. Was muss ich jetzt machen? Was ist denn jetzt wieder zurück, oder? Aber wohin? Und warum? Ja, dann gehe ich schon wieder nach oben. Was soll ich denn oben? Was ist da? Da kann ich doch nichts machen. Äh. Was soll ich denn oben? Hm. 12, 12, 12, 10, 5, 5. Vielleicht. Da ist's. Aua, hell. Aua. Aha. Ich mag kein Rampenlicht. Boah. Ui. Okay, aha. Ja. Ich hätte ja fast wieder was Falsches gemacht und wäre nach oben gegangen. Haha. So, jetzt müsste das da drin sein im Korb. Ja. Jo. Und das rüber und dann zurück. Okay, nur die Frage ist, was dann, wenn da die zwei Kristalle im Korb sind? Hm, achso, nee, Quatsch. Was war das andere? Zehn, fünf, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jo, hoppala. Fünf. Ui, das sah lustig aus. Hm. So ein Kristallautomat. Okay, was nun? Und jetzt? Sagen wir zwei Kristalle. Gut. Sehr klasse. Kann ich damit jetzt irgendwas machen? In der Mitte hinstellen kann ich das auch nicht. Und... Warumollar wir?